hey leute was geht phil video und heute sprechen wir über eine thematik mit der ich selber sehr viel druck aus meinem eigenen trade nehmen konnte um genau zu sein geht es heute um die regression zur mitte und den damit finde ich sehr stark verbundenen self serving bias dann fangen wir erst mal direkt an zu klären was das self serving bias eigentlich ist und da geht es um groß und ganz einfach darum dass wir mehr resultat haben und hier zum beispiel positiv ausfällt so ein erfolg ist uns diesen absolut zu schreiben und auf der anderen seite misserfolge eher externen faktoren zu schreiben als uns selbst wenn wir zum train bleiben wollen wir ein beispiel für ein erfolg zum beispiel und sagen ja ich habe diesen trick genommen der trader bin und der markt genau das macht was ich sage zum beispiel auf der anderen seite ein misserfolg wäre natürlich ein losing trade sind wir natürlich nicht schuld und der markt ist nur schuld der weiß ganz genau warum wir reingehen und reverse unsere oder uns haltet uns ablos und wie gesagt hatte ich diesen selbst hatte ich mir dieses self serving bias speziell in verbindung mit der regression zur mitte zu kämpfen und in dem geht es im großen und ganzen auch wieder nur darum dass wir einen durchschnittswert haben also zb durchschnittlich performance monat performance nämlich mal von 20 punkten ich auch selber gerne anstrebe natürlich auch unterdurchschnittliche performance haben und überdurchschnittliche es ist ja klar wir sind keine roboter wir werden nicht durchgehend 20 punkte machen sondern vielmehr durch mal zwölf dann mal 20 mal 28 auf jeden fall so dass wir wieder auf unseren durchschnittswert zurückkommen weil wir sonst hätten wir den durchschnittswert erst gar nicht gehabt aber genau hier können fatale denkfehler auftreten wenn wir zum beispiel eine unterdurchschnittliche performance haben und dazu noch nicht das richtige mindset entwickelt für strade entwickelt haben verbinden wir diese unterdurchschnittliche performance höchstwahrscheinlich also ich auf jeden fall selbst damals mit schlechteren traden da habe ich angefangen meine eigenen trades und zu über analysieren ich habe damals noch nicht meine monat so gut wird sondern meine tägliche performance was absoluter schwachsinn ist man sollte immer ist irgendwie als bigger picture betrachten auf jeden fall nicht tag mit tagminder vergleichen da wirst du so riesige schwankungen haben das absoluter quatsch jedenfalls habe ich dann meinen trade analysiert mein loser habe die wirklich über analysiert und dann gründe gefunden warum die verloren haben über die ich halt gar nicht mehr nachdenke ja und das hat am ende dazu geführt dass ich wirklich beim traden wie gesagt eine analyse paralyse hatte und das kam auch im großen und ganzen einfach daher glaube ich weil wie ich das system was jetzt trade beigebracht bekommen habe von mac war wie er mal sagt dass wenn du einen loser hast es einen grund dafür gibt es gibt für jeden losing trade einen grund und die muss halt nur erkennen können und das dieses mindset zu haben dass man perfekt traden muss oder beziehungsweise traden kann natürlich wenn man immer die höchste performance so will man also perfekt traden kreiert so einen riesigen druck auf dich selbst der sehr schwer zu handeln ist und der auch so unnötig ist aber klassisch hatte ich auch mit dem ding zu tun dass ich dachte ja der markt ist schuld self-serving bias über den wir gerade gesprochen haben habe dann unterdurchschnittliche performance eher darauf geschoben ja solch meinstück gewesen war ein kacktag in dem sinne aber genauso kann es aber überdurchschnittliche performance auftreten so ein denkfehler zum beispiel wenn man sagt wenn man jetzt einen guten tag hat oder guten monat und für einmal sagen wir jetzt bei diesen monatischen performance bleiben wollen von 20 punkten kann man 30 punkte machen und zu fein mal sagen ja diese überdurchschnittliche wert wird für einmal jetzt mein neues norm also mein neuer richtwert was natürlich absoluter quatsch ist es ist viel zu früh zu sagen dass du bereit bist jetzt deine norm dein mean hochzuziehen nur weil du einmal im monat jetzt 30 punkte erzielt hast anstatt 21 wenn du über mehrere monate weg das machst dann kannst du es machen auf jeden fall aber genau hier sind halt die groben denkfehler die man macht über jemanden wenn man anfangen zu trainieren gar nicht so nachdenkt oder ganz klassisch was ich hatte aber kommt jetzt ein tag hatte wo ich mir acht punkte gemacht habe ich nächsten tag rein habe eine überkommt wird ab setups genommen die absolute quatsch waren habe schon eine gestellt bekommen vom markt ja also ist richtig klassisch das ding und deshalb ist halt auch so wichtig ist richtig ein mindset für straining zu entwickeln und das wäre ein probabilistisches und ein probabilistisches mindset kennst nur das bigger picture du nimmst deine 100 trades und weißt du stein 80 prozent meiner trades im winner aber du weißt nicht in welcher reihenfolge sie kommen du weißt du kennst nicht the outcome von deinem jetzigen trade du weißt ob es nur winner und loser wird du weißt nur dass wir wenn uns bigger picture betrachtest wie es immer machen solltest auch beim traden selbst natürlich und dann bei es obwohl dann bullisch ob ich bei jetzt rauszulesen und nach zu handeln musst du kennen sonst bist du nicht in der lage wirklich effektiv druckflos und beziehungsweise druckfrei zu traden und müssen probelistischen mindset kommst du natürlich auch zur erkenntnis der schwankungen in der performance völlig normal und erwartet sind speziell wenn wir über die region zur mitte reden das über durchschnittliche performance ist nicht durchgehend haltbar sind und irgendwann ein schlechter monat kommt wird dann wieder als ausgleich und wieder zum miniver zum durchschnittswert durchschnittswert zurückführt das wasser glaube ich auch schon immer als ich reden wollte ist eine ganz kleine thematik aber wenn man wenn man wirklich darüber nachdenkt ist es wirklich essentiell für einen trader darüber mal sich ein paar gedanken gemacht zu haben weil durch über diese gedanken und zur region zum mittel ist wenn du diese sachen erkannt hast und diese los geworden bist am anfang dann machst du einen riesigen sprung durch ein riesen sprung in den traden was ein mental game angeht und das mental game ist wie gesagt immer noch das wichtigste am traden 80 20 mental game zum technischen ja gut das war es auch schon zwar die region zur mitte und self serving bias warum performance heißt los nichts aussagen ich bin für euch hoffe dir das video gefallen macht's gut ciao